Olimpiakos, Eintracht Frankfurt, Antal. They will be facing Olimpiakos, Eintracht Frankfurt and Fenerbahce. Feiertag im Stadtwald. Nach einem Jahr Abstinenz sind die Adlerträger zurück auf der internationalen Bühne und messen sich mit Fenerbahce. Herrlicher Ball für Kostic. In der Mitte ist Lammers! Tor! Zum Schluss der Partie sollte es dann nochmal hochdramatisch werden. Trapp foult Pelkas, der gefaulte schießt, der gefaulte verschießt und Birisha, der deutsche U21-Europameister, trifft zum 2-1-Endstand. Aber auch hier Fragezeichen. Der Treffer wird zurückgenommen, 1-1 der Endstand in einem hochintensiven Spiel. Die erste Europa-Cup-Auswärtsaufgabe führt die Eintracht nach Belgien zum ältesten Profiklub des Landes Royal Antwerpen. Jetzt an der 16er Kante. Geht in die 16er rein. Winzröm! Oh! Und es gibt 10 Meter! Alle sind bereit. Pass jetzt, er läuft an. Tipp und Schritte passen jetzt! Ja! Ja! Am dritten Spieltag in der Europa-League-Gruppenphase trifft Eintracht Frankfurt auf Olympiakos Bireus. Bore! So! In der Mitte zu Re! 2-1! Kamada reagiert am schnellsten! 3-1! Linzröm, der geht jetzt auf und nach vorne in den Strafraum! Ist von dem Strafraum! Bringt den Ball zur Mitte! Da kommt er! Holger! Tor! Tor! 2-1! Schon wieder ein ganz, ganz spätes Tor! Ein einziger Punkt reicht Eintracht Frankfurt, um hier als Gruppenerster das Jahr 2021 zu beschließen. Über Kostic, der für Sow! Jibril Sow! Und die 1-0-Führung! Für unsere Eintracht geht es im Europa-League-Achtelfinale gegen Real Betis Sevilla. Der Lupfer! Der Lupfer! Und das Tor! Philipp Kostic! Jesper, Linzröm im Rückraum sind Bore! Und Kamada! Daichi Kamada! 2-1! Zum 100. Mal geht es für die Adler-Träger in ein Spiel im Europa-League- oder UEFA-Cup-Rahmen. Keine Nachspielzeit geben offenbar. Ich danke von Kostic und dann! Jaaaa! Was ist denn hier los? Es ist das Jahrhundertspiel. Eintracht Frankfurt empfängt im Titelfinale der Europa-League den FC Barcelona. Ansgar Knauf! 1-0! Unfassbar! Ansgar Knauf! Mit dem Ausliß! Leck mich am Arsch! Überragende Stimmung im Kampenau. An die 30.000 Eintracht-Fans sind mit dabei, um das Unmögliche möglich zu machen. Beachtung! Festhalten! Rapper! Bore! Was für ein Tor! Unfassbar! Jetzt findet Kostic 3-0! U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U! Es geht los. Europapokal-Halbfinale. Der Eintracht. Wir gehen straff. Haben wir die Chance! Tor! Tor! 50 Sekunden! Ansgar Knauf! So quer! Ball ist ein Tor! 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 Kamada stuppt ihn rein! Ein letzter Schritt für die Rückkehr nach Sevilla. Jetzt wird es Zeit, Legenden zu werden. Einziehen ins Finale. Knauf schon an der Grundlinie. Knauf in den Rückraum! Bore! Tor! Eintracht Frankfurt ist im Finale! Der komplette Platz wird hier gerade gestürmt. Eintracht Frankfurt steht im Finale der Europa League.